Wow, das war ein erfolgreicher Abend, muss man ja ehrlich mal sagen. Also, wuh, wuh. Hat sich gelohnt, ne? Ja, hat sich echt gelohnt, Wahnsinn. Mein erstes Schickendinner-Duo. Ja, meins auch. Ja, im Squad hab ich ja eins, dank euch. Zwei sogar. Nee, eins. Zwei. Zwei? Hab ich zwei geholt? Zwei mit Hasi. Einmal hab ich den mit der SGS geholt, das war so ziemlich mein allererstes Schickendinner überhaupt. Ah, stimmt. Ich nehm noch die Lagerhalle hier außerhalb, ne? Hatten wir nicht auch schon mal ein Duo zusammen? Was? Hatten wir nicht schon mal ein Duo zusammen? Nein, ein Duo drin hatten wir noch nicht. Oh ja, jetzt haben wir eins. Ich nehm noch die Lagerhalle hier, ne? Sind wir alleine? Ja. Glaub ich. Ich seh keinen. Ja, okay. Ich geh wo mitten rein, ne? Ja, ja. Wie gesagt, ich bin halt nicht in der Stadt, ich bin außerhalb der Stadt geblieben. Hat sich aber schon gelohnt. Okay. Hier hab ich jetzt mein Helm. Wupp. Oh, krass. Oh, da war Adrenalin, da war Adrenalin. Oh, das war an den Adern, das war überall. Vor allem, wo ich in dem Moment dachte, oh, nur noch einer. Ja, der hat den anderen gekillt und dann... Eigentlich wollte ich ihn mit der Granate treffen und nicht, äh, rausscheuchen. Aber ich brauch einen Rucksack, hier ist ein Schalldämpfer für Sniper. Aber eigentlich war das so gedacht, gut. Der steht da, gut, schmeißt man eine Granate hin, weil, weil der sich so perfekt dahingestellt hat, dass ich wirklich nichts von ihm gesehen hab, von der Arschgeige. Hm. Nichts riskierend, kein Spaß. Stimmt auch wieder. Wenn man schon mal, äh, ne, so viel Geschenk kriegt, muss man das ja auch mal ausnutzen, ne? Wow. Das hätte jetzt außerdem nur so nebenbei für die, die jetzt abwesend sind, nur damit, falls wir irgendwann mal sich ärgern können. Das hätte für alle... ...einen Hunderter gegeben. Das, glaub ich, mach ich immer so. Da wir noch nicht so gut sind und grad noch in der Übung, glaub ich, werd ich das immer so machen, wer dabei ist und das Schicken, den da sogar vielleicht sogar klippt, der hat dann die Chance auf 100 Coins. 100 Münzen extra zu bekommen. Ja, und wir spielen jetzt, wenn nichts dazwischen kommt, jeden Samstag. Genau, das werden wir jetzt einfach... Ich werd das, glaub ich, nachher mal reinschreiben. Samstag ist PUBG-Samstag. Ja, PUBG-Samstag und jeder, der dabei ist beim Schicken-Dinner kriegt ein 100 Coins aufs Haus. Okay, ich hab leider keine Weste, ich hab ein paar Sniper-Attachments, ich hab eine M16 mit ordentlich Schuss und eine UMP. Äh, ich hab bis jetzt nur eine, äh... AKM mit, äh, Dings. Und dazu halt Heilung und sowas hab ich halt auch gekriegt. Hat sich gelohnt, da zu looten. Und wir sind in der Zone, also wir können ganz Porto Paraiso. Sehr schön. Hast du hier ganz vorne die weißen Häuser schon? Nein, ganz vorne bin ich nicht. Ich hab doch gesagt, ich flieg mitten rein. Okay, weil dann nehm ich jetzt erstmal die weißen. Ah, so ein Pech. Ja gut, dafür, dass du jetzt aufs Klo warst, da hab ich dir jetzt keinen Strick draus gedrückt. Weil ich hatte nachgefragt, hattest nicht geantwortet. Ich hab dir trotzdem 100 gegeben. Also ich bin nicht arschig, so ist es nicht. Aber wenn du nicht aufs Klo gegangen wärst, hättest du mir den da gesehen. Und damit hättest du dir die 100 sowieso verdient. Hier war ich schon drin, okay. Also muss ich unbedingt das nachher mal irgendwo hinschreiben, dass Wow, ich muss mir das noch klippen. Das war so geil. Da steht immer noch jemand unter Strom. Ja klar, weil ich die letzte war. Ich hab das Ding gerockt. Nicht du. Nicht du, der das sonst immer macht. Nee, ich. Ich war das. Ich hab den gekillt. Ja. Das ist einfach Wow, Adrenalin pur. Macht Spaß, ne? Wow. Was hab ich? Oh, ein Dreierhelm. Big chick. Wahnsinn. Na ja, gut. Ich hab immer noch keine beste. Wollen wir mal wiederholen, ne? Ja, so oft wie es geht, ne? Ja, nicht zu oft, sonst kommen wir in den Ranking zu tief. Wir sind schon alleine durch das eine Dinner. Na ja, gut. Ich bin so gedacht. Ich will aber nicht gegen stärkere, bessere Leute laufen, fahren, spielen. und fahren. Ah, egal. Wir wollen nicht. Nein. Oh, ich geh spielen. Ich bin auf dem Spielplatz. Hoppe, hoppe, reiter. Das Spiel mag mich nicht. Na doch, danke, Best. Ich wollte schon sagen. Du hast doch sogar einen Dinner geholt mit mir. Das Spiel mag dich. Ich mag dich. Rrrr. 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 Oh, fuck. Finny, du kannst aber eigentlich mir gefallen tun, dass trotzdem klippen. Du musstest halt nur aufs Video klicken, sonst war ich das nach dem Stream. Aber das war mal ein geiles Dinner. Das war mal richtig geil. Normalerweise sterbe ich immer so ganz kurz vorhin und mein Mann holt dann den Rest. Auf jeden Fall den, den wir sehen. Ist nicht immer ein Dinner, aber hier ist noch ein Zweierhelm. Aber ich glaube, ein Zweierhelm hast du dann schon, ne? Ein Dreier. Dreier. Ich habe eine K. Wie schick würde ich sogar nehmen, wenn du nicht möchtest. Ne, nicht unbedingt. Du weißt, ich mag die Waffe nicht unbedingt. Gibt die da noch? Nein, ich habe die bei. Okay. Ich hätte ja auch eine SKS für eine, Max. Dann bevorzuge ich sogar die SKS. Ja, dann kannst du die nehmen. Ich komme mal hingesprintet. Ich lasse jetzt mal alles ungelootet hier zwischen mir und dir. Ja, aber wir haben ja noch Zeit, ne? Siehst du, wo ich bin? Moment. Warte. Ich habe es markiert. Da auf dem Dach. Auf dem Dach. Okay, mache ich, Fini. Oh, Strom. Es müsste die zweite Halle da sein, ja. Ja, kannst heranzcrollen, dann siehst du ja genau, wo es ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Wer hätte auch das gedacht, ne? Weißt du, ich dachte so, hm, hast du eine Granate bei dir? Du hast eine Granate bei dir. Schmeiß es einfach mal hin. Mal gucken, was ist passiert. Was hast du denn sonst für Waffen? Eine K und eine AKM habe ich dir aber auch schon erzählt. Ja. Droppe nämlich jetzt eine M16. Mh, ähm, ja, gut. Weil dann würde ich bei einer, bei der Moni nur, hier ist noch, hier ist noch nackt. Äh, würde ich dann, wenn denn nur die Skye jetzt tauschen. Ja, habe ich selber, aber dann habe ich keine Automatik. Das ist halt das Problem. Also, wenn du da mir eine Option bietest. Ich meine, theoretisch könnte ich die AK nehmen, wenn du magst. Nö, nö, vielleicht finde ich ja noch was, was mir eher zusagt. Ich bin jetzt schon wieder bei dir. Ja. Geh zu der Halle. Tja, hast einen ersten Helfe-Koffer verpasst. Habe einen Erstenhilfe, eine Sanitasche, ein Schmerzmittel, drei Energy. Wenn du einen Zweier-Rucksack findest, sagst du mal Bescheid. Mach ich, ich habe einen Dreier. Sehr schön. Wow, wir sind ein gutes Team, also es war echt, boah, Wahnsinn. Schatz, wir müssen gleich noch eine Weile kuscheln, ich kann nicht anschlafen. Jo, kann man machen, klar. Und wenn du natürlich ein paar AK-Sachen findest, kann ich... Ich habe einen Kompi für dich, auch wenn der eigentlich auf der AK nicht so viel bringt. Beziehungsweise gar nichts bringt. Eigentlich ist das Schwachsinn, aber... Nee, dann nehme ich es nicht. Wenn du sagst, es ist Schwachsinn, dann nehme ich es nicht. Äh, ein Kompensator ist dafür da, dass der Rückstoß minimiert wird. Achso. Ich habe eine Waffe für dich, komm mal her. Ich habe eine schicke Waffe für dich. Ach, bei den Lagerhallen, da war ich doch schon. Hier? Da lässt du eine M4 liegen. Und ich habe eine M4 genommen und gebe dir die Ska. Hier war auch alles ungelootet. Okay, dann war ich vielleicht nicht genau in der hier. Ach, da hinten bist du. Ups. Ah, ich habe den Markierungen gesehen. Ich hasse diese Markierung auf der Garte. Wie viel zu helfen will ich, um nochmal ein Dinner zu holen? Das legt sich irgendwann. Boah, krass. Krass ist das Ding, geil. Ich bin einfach nur stolz auf mich. Und ein Rucksack ist hier auch noch für dich. Hm. Pass auf, ich droppe dir bei der bei der Ska den Kompi trotzdem. Den brauche ich nicht. Machen wir erstmal rauf auf der... Joa, besser als gar nix, ne? Oh, je, je, je. Wart sogar auf dich hier. Da vorne ist der Rucksack. Hi. Und zu mir einmal dann. Hier rein. Hi, Waffe. Okay, ich muss jetzt erstmal das rausnehmen, das rausnehmen, das rausnehmen, das rausnehmen, das tauschen. Kannst du, keine Ahnung, nochmal so 30 Schuss von der 7-Armonie-Truppen? Ich hab irgendwie 100 Schuss von dem Ding. Ja, ist in Ordnung. Jetzt hab ich genug für die SKS. Okay. Holo wieder rauf. Rauf. Ich weiß nicht, gehst du nochmal zurück nach Paradiso oder wollen wir hier zu der Halle? Hier oben, ne? Meinst du die? Da, wo ich jetzt markiert hab. Okay, gleich. Ich will nur noch die Häuser hier drüben looten, schnell. Ja, klar. Ich hab eine Häusergruppe hier. Oh, entschuldigung. Nervöser Finger. Ich wollte eigentlich nur ein Schmerzmittel aufnehmen. Hat aber noch nicht das Inventar geöffnet. Okay. Was hast du an Heilung? Wenn wir jetzt schon mal so nah beieinander sind. Ich hab ein Energy, zwei Schmerzmittel, eine Erste Hilfe. Ein Energy, eine Erste Hilfe, ein Schmerzmittel. Okay. Oder so. Wir werden auch ein Zweier-Helm. Ich hab ein Dreier. Komm mal kurz her. Ich hab für dich das noch und das noch. Uh. Feini, Feini. Tschüss. So, ist die Lagehalle? Sofort. Da war ich doch drinnen, oder? Ja. Achst du hier schon drinnen? Ja, da war ich drinnen. Okay. Okay, dann wo willst du hin? Wo willst du hin? In der Markierung. Ach, da hinten am Popo der Welt. Okay, klar. Ja, ich find so in den Hallen lohnt sich ja meistens mehr, ne? Manchmal, ne? Auf dem Dach wär schön gewesen, wenn man da irgendwie nochmal raufkommt ohne da drauf zu landen, ne? Ja. Puh. Theoretisch geht es mit einem Auto. Huch. Hier, da mach ich einfach so ein komisches kleines Mini-Hütchen auf und es steht ein Erste-Hilfe-Koffer drin. Juhu. Da, wo es normalerweise kein Arsch reinguckt, ne? Ja. Ganz ruhig. Jojo. Ist aber nur geil, ne? So ein Chicken-Dinner. Macht Spaß, ne? Es ist eher die Aufregung, die du davor hast, während du dann... Ja, wenn... Ich mein, in dem Fall hab ich's nicht mal mitbekommen, dass es plötzlich so wenig wurden. Normalerweise ist es so ab fünf, sechs Leute, da komm ich dann langsam in Anspannung. Und jetzt war es gerade... Äh, Schatzi? Ja? Hier ist gut gewesen. Was ist denn hier? Hier, nimm das Sanitaso. Ich hab eine. Hab ich schon. Okay, dann hab ich jetzt zwei bei von den dicken. Okay, ich hab nämlich eins. Deswegen frag ich, ob du es mitnehmen wolltest, aber du bist drüber gelaufen. Nö, 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 nö. Du hast was mit in den Dreier-Rucksack, oder? Ja, aber ich hab zwei Stück von denen. Ja, und? Hier wäre eine Dreier-Weste, wenn du noch keine hast. Ich hab eine. Gut. Nee, hab ich nicht. Okay. Aber hier oben ist auch noch eine, also. Hier oben ist noch eine. Was? Muss ich mal am liebsten zerschießen, echt, ey. Dreier-Westen? Also hier, weil das Ding hab ich in der Tasche. Hab ich ja auch. Achso, ich hab grad gefragt, ob du noch eine, ob du eine davon hast. Ja, ich hab eine grad aufgenommen. Dann nimm sie mit. Ich hab die, ja, du hast gefragt. Ich meinte so, hier, kannst mitnehmen. Meinte so, hm, hab eine. Ich so, ja, hab ich auch gerade. Achso, und dann hab ich nochmal extra gefragt, ich hab aber auch eine. Achso, ich nicht. Kam zurück. Achso, ich hab nicht noch eine. Äh, okay. Egal. Das war also typisch wir, ne? Ähm, typisch wir voll daneben. Hast du zufällig ein paar vertikale Griffe? Äh, nein, ich hab nur den, den ich dran hab. Okay. Wenn du sowas siehst, durchaus nochmal zwei nehmen. Okay, äh, die Zone sieht bis jetzt gut aus. Wollen wir einfach am Strand weiter lang? Ist da noch was? Ja, da sind noch ein paar Häuser. Jo, klar. Ja, das wird sogar eine Strandzone, oder eine Los Leones Zone? Ich weiß gar nicht, was hast du schon gewettet? Bei, das wäre Top 30 gewesen. Ne, Top 20. Top 20 jetzt. In der Runde. Alter, da müssen bloß noch zwei Leute sterben. In dieser Weise Teamrang sind das sogar schon. Äh, Airdrop im Wasser. Wo? Da vorne. Wir hätten einen Jetski. Und hol's dir. Ich glaub am Strand und pass auf, dass sich keiner abschießt. Jo. Ich mein, die SKS ist zwar schon was Feines, aber wenn da jetzt eine Arbe drin ist, sag ich nicht nein. Ich glaub auch nicht, dass da jemand hinkommt, weil dafür müsste jemand schon am Strand sein. Dafür müsste jemand ein Boot haben. Was ist besser? Ah ne, ich bin besser. Es ist glaubt sehr schön. Ich hab mal Achter. Ja, aber wenn da noch einer drin ist. Ja, stimmt. Lass uns den Hunden noch mitnehmen. Ist das ein Glück, gerade mit dem Drop Plus, äh, Jetski. Äh, hier ist schon einer vor mir. Ja, aber ich kann ihn von hier aus nicht schießen. Nein, ich hab abgedreht. Bevor er mich irgendwie kriegt. Ich werd angeschossen. Ja, von ihm, ne? Ne, ich glaub vom Land. Ne, doch von dem, ja. Schnell weg. Ja, ich komme. Fuck. Wir müssen mal gleich gucken, wo der hinfährt, ne? Ja, ich geh hier hoch zum Leuchtturm, am Leuchtturm, ne? Du bist der einzigste mitten am guten Schusswinkel. Ja, ich muss mich aber erst heilen. Oh, ich seh grad, ich hab nicht mal Verbände, ne? Egal. Ich glaub, der kommt zu mir. Soll er machen? Dann kriegt er von uns beide gleich ein Ding weg. Tade. Sind's an Land schon? Waren aber auch zwei, deswegen haben sie dich gesehen. Ja, die einen waren Gilly anscheinend drin. Okay, sind hinterm Hügel oder was? Wow! Der hat auf jeden Fall was dickes. Jo, pass auf. Heil dich lieber, bevor du genockt wirst. Ach da. Hat zwei Header. Hat leider bloß ein Dreierhelm gehabt. Sonst wäre er nockt. Hast du Verbände? Nö. Ich auch nicht. Äh, doch fünf. Ich hab leider keine, deswegen will ich jetzt dafür keinen großen Hilfeding nehmen. Der ist da grad weg, jetzt komm ich hoch. Nee, der sitzt immer noch dahinter. Oh, der hat was dickes. Ich bin nockt. Kommst du weg da? Ja, ja. Wir werden uns aber jetzt wahrscheinlich umlaufen und sollten vielleicht ein Stück weggehen. Wir sollten einfach nach hinten wieder weg, ja. Na gut, dann nehmen wir jetzt eine der Sanitaschen. Heim ich nur noch, ne? Ja, ja. Ich geh schon mal nur voraus, falls die kommen. Mhm. Beide müssen sie ja nicht unbedingt kriegen. Oh shit, wir müssen in deren Richtung. Ja, aber wir können ein bisschen umlaufen, berghoch mit den Bäumen zwischen. Ja. Okay, der mit dem Gilly hat die dicke Waffe, der andere ist in Ordnung. Der hat halt ein 3er-Helm, aber den hab ich jetzt ganz ordentlich auch zerdübelt. Das ist gut so. Nur mein 3er-Helm ist halt jetzt durch den Headshot von dem auch ganz ordentlich kaputt. Ne, hier können sie uns nicht sehen, wenn wir hier hochgehen. Okay. Hat eine M24 ungefähr gleicher Schaden wie eine K. Und schießt auf was. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier jemand ist, ganz ehrlich, so dicht im Wasser. Es leben noch 18. Aber den Rang haben wir glaube ich schon drunter, Fini. Also Top 20 sind wir auf jeden Fall. Die stehen da unten auf dem freien Feld. Die wollen uns pushen. Kriegst den? Ist der mit dem Gilly? Erledige den bitte. Hat sich versteckt. Hat aber wieder zwei dicke Hits gekriegt. Na ja. Die dachten halt, wir sind da unten noch, ne? Mhm. War doch eine gute Idee nach hinten weg. Ja. Kade, ein Hit noch, dann wäre er wieder knocked. Die werden aber hier auch lang kommen. Ja, aber hier oben kommen sie erstmal nicht so leicht hin. Mhm. Weil wir halt jetzt schon vorher da sind. Ach. Ja, ist nicht drin, ne? Nee, leider nicht. Ich dachte mal so reingucken. Wir werden jetzt auf jeden Fall Richtung Zone laufen, wenn sie nicht unten am Wasser langlaufen sogar jetzt. Dann würde ich sie sehen. Ja, wir müssen mal daran denken, es sind noch 17 am Leben, also. Ja, ich weiß, können wir davon woanders kommen, klar. Ja. Weil der mit der Auge gefällt mir gar nicht, Don, bin ich ganz ehrlich. Mit der M24, meinst du? Mhm. Boah, ich hasse Büsche. Sag doch, was du so weiter gehst. Ja, ich dachte, ich laufe schon mal ein Stück vor. Ja, du bist schon viel, viel weiter vor. Weil ich halt nicht weiß, wo die Zone ändert und ich will hier nicht so auf dem Präsentierteller nachher liegen. Ja. Weil hier dann doch ganz schön scheiß Land ist, wo wir lang müssten. Mhm. Deswegen dachte ich so schon mal ein bisschen reinlaufen. Nein, die hinter uns kommen aber locker rein. Die Zone ist sehr langsam auf der Seite. Haben sie aber Glück gehabt. Mhm. Guck mal, ich dachte vielleicht da oben in die Hütten. Ja, zumindest ran in die Hütten. Ja, um Schutz zu suchen. Aber schön, dass wir vorher einen geschicken den erholt und Fini denkt echt nur, wir kommen in die Top 20. Aber wo sind die anderen? Die Karte ist halt riesig, ne? Die Zone ist auch noch sehr, sehr groß für so wenig Leute. Oh, in Energy. Oh, du krabbelst da. Ja, ich dachte hier ist eigentlich Schluss. Das ist ganz cool. Man hat links ein bisschen Schutz und rechts. Ja, ich mach mir so ein bisschen Sorgen um die hinter uns. Ich mir aber auch, Mathe. Wenn die nicht unten lang laufen, ne? Weil der Berg hoch ist von der Stelle, wo sie sind, auch schon ganz schön krass. Die laufen oben lang. Die kommen gerade hoch. Die kommen hinter uns rein. Sind hinter uns reingekommen. Ach, da drüben. Hm, ich hab's gesehen, aber ich hab keinen Scope. Ja, bringt auch von hier aus nichts, da wo sie jetzt sind. Ja, bei seinem Gilly bringt ihm da auch nichts. Da ist überall roter Stein. Da sieht man was Helles. Ne? Die kommen hier lang. Hat wieder ein Hit. Hat noch ein Hit. Ja, ich sehe sie leider nicht von meiner Position aus, man hab ich keinen Scope. Ne, ich hab's, ich hab den Gilly hab ich wieder nach unten getrieben. Ich mein, das Gute ist, ich hab halt Schall gedämpft, ne? Ah, die gehen jetzt unten lang, ne? Der Gilly auf jeden Fall, ja. Ja, die gehen jetzt, glaub ich, beide unten lang und da ist relativ offen, wenn sie da rumkommen. Ja, wir müssen halt bloß die Straßenseite wechseln. Wollen wir schon? Ja. Ich mein, den haben wir schon ganz, häufig, ganz ordentlich grad, ordentlich, äh, was mitgegeben. Ja, wenn sie jetzt nicht grad Heilung und Moss haben. Ja. Aber wo sind die anderen 17 Spiele, äh, 8, äh. 15. Ne, 13. Wenn ja, wenn da zwei sind, dann sind es noch 13. Wo steht, wohin? Das ist hier Kacke, da unten am, da zum Auto. Hier so die Senke, hier. Das können wir auch mal an. Die beiden hinter mir, die nerven. Die sind halt überall kleine Autos, ne? Hinter mir, die, die potzen mich an. Hier ist ne coole, coole. Ne coole, coole. Coole, coole, coole. Coole, coole. Es ist halt jetzt die Frage, wo kommen die rein? Und wo die jetzt letztendlich kommen, ja. Aber wo kommen die rein? Genau. Wo sind die anderen Top-7-Mitspieler? Ne, die anderen 13, ich weiß. Ich komme gerade zu dir. Du? Ja. Wahrscheinlich die kommen gerade zu dir. So, nein, nein, ich. Ich würde mich eigentlich gerne weghalten von denen. Ich glaube, die sind auch ein bisschen pissig auf dich. Garantiert, weil da schon so viele Schätze kassiert hat, der Gilly. Wenn die zwei mal kurz vorm Nockt. So, die Zone moved. Die Zone bewegt sich. Das heißt, alles, was hinter uns kommt, bewegt sich eventuell auch. Die hinter uns müssen jetzt rein, aber ich glaube, die gehen eher zur Strandseite unten. Hinter uns sind noch zwei. Wo? Da beim großen Stein. Wow. Und von hinter mir. Okay. Ich push mal weg. Ja, da hat jemand eine Granate geschmissen. Ja. Der hat eine Aave. Okay, anderer Drop. Ich runde ihn in die Hütte rein. Ich muss aber weiter. Und zwar ganz weit. Ja, dann los. Ja, hier unten sind bloß die anderen beiden. Ja, aber du kommst, die versuchen nicht gerade da oben auszubomben, ne? Ja, ja. Wir werden unten am Strand liegen. Nee, da. Da unten. Danke viel, Lutz. Da. Daneben. Ja, ich weiß. Zu hoch. Musst du nicht jetzt auch da hoch? Ja. Das ist mein Problem, deswegen habe ich versucht, sie zu killen, aber sie wissen nicht, wo die Schüsse herkamen. Ja, weil von vorn auch, von oben auch geschossen wurde. Du bist aber jetzt von oben, vom Gilly geschossen. Ja, was soll ich machen? Sehr schön. War doch mal was. Aber leider wieder killlos.